Und damit herzlich willkommen zu Türchen Nummer 12. Mein Name ist Herr Schmitz und wir spielen heute das Spiel Dark Deception. Wir gehen rein. Es ist vollbracht und liegt mein Schicksal in der Finsternis. Schauen wir mal. Ja. Oh. Arculus roll. Oh, ein anderer. How nice to have some company again. Come over here. Let's have a look at you. Okay. You disappoint me, love. You really do. So many fears. So many desires. Also erstens, ich habe keine Angst und zweitens, ich bin 1,78, hallo? Hier bin ich. Ich bettel nicht, ich wurde darum gebeten, dieses Spiel zu spielen. Aber danke. Ich kann jederzeit zurück, ich kenne alte 4, aber danke. Also wie im Warenläden. Euron? Hier sind Fates, die viel schlimmer sind als die Todes, die dich hier erwarten. Fehlen wir Herr der Ringe. Okay, ich weiß nicht, dass es verschiedene Level gibt. Ein Flur. Ein Flur entlang gehen kann ich. Monkey Business. Jawohl. Nein. Entschuldigung, ich bin leicht erkältet. Ring for service. Oh, bin ich ja wirklich. Hallo? Bin ich gerne mal einchecken? Hallo? Hallo? Bilder checken. Immer gut. Bananen. Bananen. Welcome. Breakfast and murder. Oh, der ist so süß. Blech. Okay, fängt gut an. Kein Aufzug. Ist das der Page? Ich gucke mich erstmal um, ja? Sehr freundlich sehen sie nicht aus. Neuer Jumpscare? Nicht? Ah, ich kann rennen. Wochen? Nein. So rennen. Wochen? Wochen. Was? Wer hat denn? Klingen als Hände. Okay. Soll ich raten? Nur dieser Aufzug funktioniert. Alleine? Going up? Weiß nicht, geht's nach oben? Da fehlt sagen. Aber die Musik ist gut. Schöne Faschen. Now listen closely. See those floating bits of crystal? Those are soul sh- 209 ... ... ... ... ... ... Ah, okay. Heckmann. Nicht stressiger Musik, ganz gut. Ähm. Wann klingt das als irgendwas hinter mir? Uäh, ab, 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 ab. What the fuck? Wow. Okay, 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 okay. Ich hab verstanden. Es ist Heckmann. Oh fuck. Oh fuck. Ah, die sind aber schon weg, ich gesammelt habe. Okay. Wann da auch ein bisschen rauszoomen oder so? Okay. Ich wusste ja gerne mal wie groß die Map ist. Da war ich auch schon. Was? Oh, jetzt komm ich auch noch von vorne. Ewig. Oh fuck. Ich liebe sowas ja. Orientierung an der Map und besser die laufen kann ich aber gar nicht. Alter, fertig. Bin doch am Hintern. Oh fuck. Dead already? That's okay. Nobody liked you anyway. Alter. Halt er fest, im Gegensatz zu den anderen beiden Spielen, die ich schon gespielt habe. Ist das aufregend. Ich liebe es nochtisch. Ich liebe es nochtisch. Lachen, 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 lachen. Wow. Der erste Weg steht da in mir. Alter. Ist das noch einer? Hier ist er schön. Oh. I hab Partners in mir in mir gedacht. Oh. Oh. Ah. Oh. You are dead. Ha. Hahaha. Ach. 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 Ah, okay, dann läuft das. Ja, 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 ja. Holy... What a charming little hotel. Was ist das denn jetzt? Lass mich rein, 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 lass mich schade. Ah, muss ich die Sequenz jetzt überbauen? Ein bisschen Puls habe ich schon. Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in der Spielwarenabteilung. Heute war Angebot im Zirkus. Ja, wir kennen das schon. Danke. Ah, danke. Ja, wir haben das schon. Das war's. 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 Oh mein Gott. Death by Monkey. Oh mein Gott. Wie verweichend. Heiliges Blechle. Wie groß ist dieses Ding? So. Ist das ein Safe-Song? Wollte ich anfangen? Wollte ich nie wieder hinfinden, wenn ich da anfangen. Das war gemein. Anfangen? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie verweichend. Kann ich eine 280 Grad Drehung mit dem mittleren Mausknopf machen? Das hilft dir aber nicht, wenn... Ah. Das ist ja witzig. Wenn die von zwei Seiten gehören. Oh mein Gott. 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 Immer zu zwei. Scheiße. Ja. Genau. Und hinter mir auf. Round 3 Ja bitte, einmal nach oben. Ich brauche einen Schottenschuh. So. Aber jetzt. Ich brauche einen Schottenschuh. Ich brauche einen Schottenschuh. Und hinter mir? So. 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 das ist das So, kann man jetzt mal sagen wo die letzten 18 sind? Jetzt nicht sagen, dass ich Puppe, aber hol hier Puppe! Ja, da hab ich das gesehen. Oh, ja klar, genau. Krieg mich, hol mich, jag mich. Nein, ich war auf dem Weg zu den letzten, was? Okay, liebe Leute, an dieser Stelle mach ich jetzt Schluss. Oh, was? Hab ich noch ein Leben? Oh, ich hab noch ein Leben. Ja, hab ich jetzt gesagt. Gehen wir zu, Weevan. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ähm... Äh, und jetzt? Also, jetzt muss ich jetzt zurücklaufen, was? Wow! Die Mucke ist gut! Hey! Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Der kommt noch von links. Oh, shit. Ja? Der Koch gefunden. Der ist doch nochmal! Ahahahahahahahahahahahahahahaha! An dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich wünsche noch einen schönen 12. Dezember. Schalte morgen wieder ein, zu 13. Und du bist dann.